Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer kleinen Episode Garena Free Fire. Vielen Dank an den Entwickler dafür, dass sie dieses Video sponsern. Ich möchte euch mal so einen kleinen Überblick geben über das Spiel. Wir werden jetzt gleich auch noch die ein oder andere Runde spielen. Im Zentrum des neuesten Updates von Garena Free Fire steht Crono, dargestellt von Cristiano Ronaldo, dem weltbekannten Fußballer-Werbegesicht von Garena Free Fire. Und Crono im Spiel ist ein Kopfgeldjäger aus einem anderen Universum mit dem passenden Outfit, was ich bekommen habe und jetzt auch schon angezogen habe von Kopf bis Fuß in diesem Outfit. Und das wollen wir uns auf jeden Fall mal angucken und machen auch noch, wie gesagt, das ein oder andere Match bei Garena Free Fire. Operation Crono ab dem 19. Dezember, wo es auch jetzt ein neues Matchmaking gibt, wo dann die Teams noch fairer zusammengestellt werden, übrigens. Also, wir gehen jetzt mal ins Gewölbe und da kann ich euch das jetzt mal zeigen. Also, das ist das ganze Outfit jetzt. Von Kopf bis Fuß bin ich komplett in Crono gekleidet. Ich könnte ihn aber auch wechseln. Ich habe mir nämlich das hier auch noch geholt. Ich könnte ihn auch so machen. Ich könnte ihn auch zu einem Fußballer machen. Das will ich allerdings nicht. Wobei, machen wir ihn zu einem Fußballer? Nein. Wir machen ihn nicht zu einem Fußballer. Wir machen ihn ruhig wieder zu Crono Ronaldo. Crono Ronaldo. Da. Das sieht nämlich schon ganz cool aus. So, dann würde ich mal sagen, gehen wir jetzt mal rein. Ich erzähle euch gleich ein bisschen mehr dazu. Es ist auch grafisch sehr cool, das Spiel. Und deswegen machen wir jetzt einfach mal starten und gehen rein in den ersten Game-Modus. Ganz kurz noch. Guck mal. Guck mal, guck mal, guck mal. Ich habe mir ein Haustier geholt. Und das heißt Marble. Ich habe mir ein Haustier geholt. Ist das nicht cool? Das wollte ich noch ganz kurz eben zeigen. Ja, ganz kurz noch so ein Spiel ist es ein klassisches Battle Royale. Es gibt natürlich noch viele andere Game-Modes, aber das, was wir jetzt hier spielen, ist klassisches Battle Royale. Das bedeutet, wir stürzen uns jetzt gleich aus einem Flugzeug raus auf eine Karte und müssen dann überleben. Die Zone wird immer kleiner und jetzt und so weiter und so fort. Also, da sehen wir es jetzt nämlich schon. Das ist nämlich das Flugzeug. Und jetzt gucken wir mal. Also, ich habe noch drei Teamkollegen mit dabei, wie es scheint. Äh, bap, bap, bap. Ich fliege jetzt schon da drauf. Ich gehe einfach mal ganz in die Mitte rein, damit wir da, ja, keine Zeit verlieren. Damit wir da keine Zeit verlieren. So, auswerfen noch nicht. Wir gucken mal auf die Karte drauf. Ach, die sieht schon cool aus. Das ist, diese Karte, die wir jetzt gerade spielen, die sieht schon echt ziemlich cool aus. Die Grafik ist auch ziemlich geil. Und ich habe Rodeldo dabei. Also, Moment. Wie weit müssen wir noch? Wir müssen, ja, wir können jetzt gleich mal ab. Wir können jetzt gleich mal ab. Drei, zwei, eins, los. Los geht es. So, fallen. Runder geht es. So, oh, oh, Marble. Guck mal, da fliegt er. Da fliegt er, der Kleine. Da ist er, da ist er, da ist er am runterfliegen. Warte, 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 warte. Falsch hier. Äh, ich möchte in das Haus da rein. Und dann gucken wir einfach mal, dass wir vielleicht ein paar Leute erledigen. Äh, gestern habe ich schon mal gespielt, ein paar Runden und habe doch, äh, ja, einige, einige, einige auf jeden Fall erledigt. So, das ist jetzt die Steuerung, die wir sehen, ne. Man hat einen Rucksack, man kann, äh, Medikits benutzen. Man muss sich natürlich ausrüsten mit Waffen und so weiter. Jetzt haben wir hier schon was. So, ein Handgriff, den kann ich natürlich nicht benutzen. Wir laufen einfach mal so ein bisschen hier rum. Guck mal, da ist schon was. Oh, ein Baseballschläger. Naja, besser als nix. Matthias, guck mit meinem Marble bitte mit dabei sein. Okay, jetzt haben wir zumindest schon mal eine Waffe uns geholt. Munition kann ich jetzt dafür nicht gebrauchen. Haben wir hier noch was? Oh, Mündung. Das ist gut. So, hier geht es doch noch irgendwo bestimmt noch, irgendwo noch weiter. Da. Ich habe nämlich schon das erste Medikit. Nehme ich auf jeden Fall auch mal mit in meinen Rucksack. So, Munition auch gut. Und jetzt ist natürlich Sinn der Sache, dass wir gucken, dass wir hier irgendwen mal erledigen. Ansonsten ist das natürlich so, dass ich ein bisschen die Highlights zusammenschneiden werde. Aber da, ne, habe ich da schon was gesehen? Ne, das ist, das ist ein Tier da hinten. Das ist ja gar nicht. Oh doch, da ist doch schon jemand. Oh, put, 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 put. Nein, ich habe ihn nicht erwischt. Ah, ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich. Jetzt müssen wir doch mal gucken. Okay, der ist am Fenster. Nein, komm, 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 komm. Hallo, 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 hallo. Wo, 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 wo? Hm. Wo bist du? Zeig dich. Komm raus. Oh, da vorne, da vorne, da vorne. Okay, der ist schon weg. So. Es gibt auch einen Aim-Assistenten für die Leute, die Probleme haben, manuell zu feuern. Aber da gehöre ich nicht zu. Deswegen werden wir den Aim-Assistenten nicht aktivieren. Wir spielen das manuell. Ich finde das immer besser, wenn man ein bisschen Kontrolle hat über das, was man machen möchte. Das ist immer besser. So. Nummer eins haben wir schon mal. Oben rechts sehen wir das. Es ist einer jetzt, oder einen haben wir jetzt gerade schon eliminiert. Und 39, 37 leben noch. Oh, es geht schnell. Ich habe ja gesagt, wir wollen uns mal hier ein bisschen gucken, dass wir uns noch ausrüsten. So. Guck mal. Guck mal. Da, 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 da. Da, 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 da. Wir spielen mit dem Ball. So. Aber was macht denn das ganze Haustier denn machen? Das Haustier ist ruhig. Ah, ich kann es wegschicken. Nein. Das Haustier hat auf ihren Anruf gewartet. Ach, der kleine Mabuil. Lassen wir ihn doch ruhig mit hier rumlaufen. Den kleinen Fratz. So. Das ist da noch. Oba. Stört mich das Haustier? Ich weiß es nicht. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Der ist weg. Aber hier war noch irgendwo wer, ne? War noch irgendwo wer? Jetzt haben wir schon den dritten. Jetzt haben wir schon den dritten geholt. Klar. Am Anfang, wenn man natürlich noch nicht so viel gespielt hat, kriegt man natürlich auch Gegner auf dem gleichen Niveau zugelost. Das ist logisch. Das Matchmaking funktioniert hier eigentlich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Oh, da ist noch jemand. Ah, bist du da kaputt? Ja, ist kaputt. Er ist kaputt. Ha, ha, ha. So. Nächste. Der vierte war das jetzt schon. Aber ich habe auch noch. Ich muss auch. Oh, warte mal. Ja, er aimt so ein bisschen nah. Ich habe keinen Schuss mehr. Nein, 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 nein. Komm, 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 komm. Nein, ich bin kaputt. Ja, siehst du? Also es funktioniert auch nicht immer, dass du dann wirklich immer alle Spiele gewinnst. Wir haben es jetzt gerade leider nicht geschafft. Okay. Okay, was haben wir gekriegt? Gratuliere, bestätigen. Ja, immerhin. Vier Leute haben wir geholt. Vier Leute haben wir geholt und haben auch 521 Schaden gemacht. Und ich würde sagen, wir machen ruhig noch ein Spiel. Ich mache einen kurzen Cut und dann bis gleich. Ich hätte eben das Schild auch benutzen können, das ist mir gerade eingefallen. Hätte ich eben das Schild benutzt, hätten wir wahrscheinlich eine Chance gehabt. Also haben wir jetzt leider eben verloren. Aber gut, was will man machen? Was will man machen? Hier gibt es auch schöne Waffen für uns. So. Jetzt habe ich drei Stück. Ja, eine Weste noch. Man muss natürlich... Oh, davon ist schon einer. Beziehungsweise da vorne war einer. Komm, 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 komm. Ich treffe ihn nicht. Ist es wahr? Ist es wahr? Ist es wahr? Ist es wahr? Haben wir ihn erwischt? Haben wir es nicht erwischt? Aber jetzt haben wir ihn. Oh. Ich dachte gerade, mich hätte einer ins Visier genommen. Aber das war nicht der Fall. So, Farmas, den möchte ich nicht haben. Die ist nicht so mein Fall. Wir laden mal eben nach. Aber wir haben ihn noch. Okay. Alles in Ordnung. Wir gucken mal eben. Es ist natürlich immer die Sache. Du musst immer natürlich überall looken, damit du guckst, wo dann halt die Gegner auch sind. Ah, da haben wir noch mal was gekriegt. Der Uhrenturm ist da vorne. Hier sind natürlich... Hier sehe ich doch schon noch ein Medikit. So, das hätte ich eben übrigens auch nehmen können zwischendurch. Habe ich nicht dran gedacht, dass man das ja zwischendurch auch noch nehmen kann. So, ist hier noch irgendwas für uns? Nein. Und das Spiel ist weltweit einfach... Das Spiel ist weltweit einfach so extrem beliebt. Das ist unfassbar, wie viele Leute da spielen. Das ist unglaublich. Die Werbung mit Cristiano Ronaldo, habe ich mir mal angeguckt, hatte über 6,5 Millionen Euro. Aufrufe. Der Trailer dazu. Zu Operation Chrono. Das war schon sehr beeindruckend, muss ich sagen. Das war schon wirklich sehr beeindruckend. Und also klar, das Spiel ist natürlich auch ziemlich cool. Wenn ihr weitere folgen wollt, dann lasst doch gerne einen Like da. Es wird auf jeden Fall noch eine Folge jetzt kommen. Das kann ich versprechen. Aber da werden wir dann andere Dinge noch besprechen. Ja, 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 ja. Aber nicht das, was wir jetzt hier besprechen. Nein. Jetzt konzentrieren wir uns erstmal voll und ganz auf das Spiel. Also. Wollen wir mal eben rumlaufen? Bisher habe ich noch keinen mehr gesehen. Ich halte ja die Augen offen schon. Ich halte ja die Augen schon offen. Aber bisher habe ich noch keinen erblickt. So. Oh, da war irgendwo was. Nur wo? Ah, da. Tja, mein Freund. Tja, mein Freund. Da habe ich... Da ist jetzt Kopfschuss. Da, wir haben ihn. Und eigentlich haben wir ja gar nicht so viel kassiert. Nö. Ich könnte... Ich hole mir jetzt gleich auf jeden Fall mal ein bisschen wieder Energie zurück. Das werde ich tun. Aber ansonsten... Nö, hat jetzt auch nichts für mich. Was mich da großartig interessieren würde. Ja. Alles in Ordnung. So. Oh, warte mal. Wir nehmen mal ein Pack. Sicher ist sicher. Ein bisschen Gesundheit herstellen kann ich scheinen. Warte mal, jetzt mal mal gucken. Da ist die Zone. Ich möchte nach da laufen. Wir müssen... Wir möchten in die Mitte. Wir möchten ohnehin in die Mitte. Das ist ja immer Sinn der Sache, dass du in die Mitte der Zone lorst. Sonst hast du ein Problem. Was liegt hier noch rum? Nein, 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 nein. Ich sprinte mal. Ich sprinte mal. So, dann können wir mal eben ganz kurz gucken. Ich muss da vorne lang laufen. Allerdings möchte ich natürlich auch nicht getötet werden. Wir haben schon zwei erledigt. 28 leben noch. Luftschiff, das natürlich ein paar coole Sachen parat hat. Wo ist das? Da ist es. Das fliegt fast dahin, wo auch unser Wegpunkt ist. Das ist schon mal nicht schlecht. So, mal eben gucken. Oh Gott, ich dachte schon, da wäre jemand gewesen. Aber war kein Armpild. Komm, wir holen uns ein bisschen Erfahrung. Aber da ist ein Gegner irgendwo. Da vorne, da vorne, da vorne. Oh ja, da ist der Nächste. So, mal eben ganz schön nachladen. Marble, passt du auf auf mich bitte. Danke. Marble, Marble, passt auf. Oh, wir sind jetzt an der roten Zone. Da explodiert es. Das ist nicht gut. Da müssen wir mal eben raus. Ich will aber eben gucken, was er noch so hat. Ja, schönes Ding. So, und jetzt laufen wir direkt mal weiter. Ja, hallo, danke. So, laufen wir direkt mal. Drei haben wir jetzt erledigt. 23 leben noch. Das bedeutet, die Spannung steigt, Leute. Äh, sichere Zone. Hm, in 20 Sekunden. Oh, darum ist noch einer. Das wäre natürlich schade, wenn wir uns den jetzt nicht schnappen würden. Komm, da, wo ist er, 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 wo ist er. Ja, da, 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 nein, ich bin nicht am Baum, bin ich blöd. Hä? Alter, haben wir ihn erwischt. Ja, aber ich wollte gerade sagen, Alter, wie, wie viel hält denn der aus, bitte? Wie viel hält denn der aus? Sichere Zone wird verkleinert, das war jetzt schon der vierte. Also das Aiming, muss ich sagen, das gefällt mir sehr gut. Also ich persönlich brauche da echt keinen Aimassistenten. Das ist, das funktioniert ja echt wunderbar. Ich könnte mir auch ein Lager, ich könnte ein Lagerfeuer bauen. Das habe ich mir nicht, das habe ich hier nämlich ausgerüstet. Okay, da vorne ist noch einer. Hallo. Oh Gott. Ich habe eben ganz kurz eine sichere Zone hier über mich gebaut. Aber sie ist auch schon wieder weg. Da ist schon wieder der nächste Kollege. So, zack, zack, zack. Ich will noch mal, wer hat noch nicht? Wo laufst du hin? Bist du verwirrt? Weil du abgeschossen wirst, oder was? Wie hält denn der aus? Ey, hallo? Mann, 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 Mann. Au, hier ist der Drop. Hier ist der Drop. Da müssen wir mal eben jetzt gucken. Oder ist hier noch irgendwo wer? Nein, 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 nein. Oh, das waren gute Sachen. Das waren gute Sachen. HP habe ich auch noch genug. Also ich habe voller HP. Also das können wir gewinnen, Leute. Das können wir, das können wir, das können wir reißen. Das können wir reißen. So, hat er noch was? Ja, Munition für uns. So. Oh, der Entschuldige. Der Nächste. Hä? Ist weg? Hallo? Ist in einem Stein. Da ist er. Ah, komm her. Oh mein Gott, habe ich den erwischt. Ja, das ist der Nächste. Nummer 9. Nummer 9. Da waren es 9, die wir erledigt haben. Ja, ich bleibe natürlich jetzt auch ungefähr hier so in der Mitte stehen, weil... Ne, warte mal. Ich dachte schon, da wäre der Nächste gewesen. Ist aber nicht. Ich gehe mal ein bisschen runter. Das ist sicherer für mich. Hauptsache ich werde nicht durch Marble irgendwie entdeckt oder so, weil der ja auch so rumfliegt. Mal eben gucken. Da ist noch eine Ruine, da können wir uns theoretisch drin verstecken. Aber wir schauen mal eben nach. Okay, ich muss sowieso laufen. Wir müssen sowieso laufen jetzt. Ich dachte, ich wäre mittiger gewesen, sind wir aber nicht. Alles in Ordnung. Äh, Munition habe ich auch noch genug. Alles in Ordnung. So. Die Karte ist auch eigentlich relativ groß, ne? Ist mir gerade mal so aufgefallen. Die Karte ist relativ groß. Das sieht schon mal ganz gut aus. Ich bin außerhalb der Zone. Das ist auch nicht gut. Oh, 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 oh. Jetzt wird es richtig spannend. Jetzt schleichen wir mal eben. Okay, die Zone ist da unten. Das bedeutet, wir müssen jetzt auf jeden Fall mal eben da reinzoomen. Hä? Ist der wohl da drin? Ich könnte es mir vorstellen, dass er da drin hockt. Ich könnte es mir vorstellen. Es wäre eigentlich für ihn ja ganz logisch oder ganz taktisch klug, wenn er das tun würde. Ja, jetzt wird es natürlich echt super spannend. Wo ist er? Ich bin so weit weg von der Zone, die ist echt da unten an der Straße gleich. Da habe ich ihn gesehen. Ich glaube, da war er. Ich habe doch was gehabt. Leute, habt ihr das gesehen oder war ich blöd? Habe ich das? Habt ihr das gesehen oder war da nichts? Das Problem ist jetzt gleich, in acht Sekunden habe ich ein Problem. Da muss ich nämlich laufen. In acht Sekunden haben wir ein Problem, da müssen wir unbedingt laufen. Oh Gott, ist das spannend. Noch zwei Leute. Noch zwei Leute. Okay, jetzt muss ich laufen. Auch wieder meine Taktik etwas außen rumlaufen. Immer ihn im Auge behalten, falls er da hinten irgendwo ist. Aber ich sehe ihn nicht. Aber ich sehe ihn nicht. Oh Mann. Oh Mann. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wo hast du dich versteckt? Ja, ich verliere natürlich dann... Ich muss drin bleiben in der Zone. Komm. Auf, lauf, lauf, lauf. Ronaldo, lauf. Oh, da hinten ist er. Nein, ich bin so nah dran. Nein, ich war so nah dran. Ich war so nah dran. Wir hätten ihn fast erwischt. Ah, die Hälfte hat er noch gehabt. Die Hälfte der Trefferpunkte. Aber okay, ey, das hat ziemlich viel Spaß gemacht. Wir sehen uns in einer zweiten Runde wieder. In Garina Free Fire. Mit mir in dem Fred. Guckt gerne in die Beschreibung. Leitet euch das Spiel herunter. Danke auch nochmal an den Entwickler dafür, dass sie dieses Video gesponsert haben. Und ja, dann sehen wir uns. Moment, erst mal mal. Erst mal machen wir das mal auf. Erst mal machen wir das mal auf. Und dann sehen wir uns in einer neuen Episode wieder. Bis denn, macht's gut. Tschüss.